Herzlich willkommen zu einer weiteren astrologischen Analyse, einer neuen astrologischen Analyse. Und heute geht es mir um den Frieden. Und ich wurde inspiriert, ich war am Wochenende, also am Wochenende, am Sonntag, dem 19. fand in Linz das Konzert One World statt. Das war ein UNESCO-Konzert und es fand im Brucknerhaus Linz statt. Wir hatten 250 Teilnehmende und noch viele mehr rund um den Globus. Das war ein gewaltiges Event, ein Konzert für den Frieden. Und ich hatte am ganzen Leib Gänsehaut. Ich kann hier jetzt aus Copyright-Gründen natürlich keine Musik zeigen, aber es gibt einen Livestream von diesem Konzert und den verlinke ich unten. Also da kannst du dir das ganze Konzert kostenlos anschauen. Komponiert wurde es von Carl Jenkins, den kennst du vielleicht von Adiemus, von dieser Gruppe. Also einer der am meisten gespielten zeitgenössischen Komponisten. Und der war eben da im Brucknerhaus und hat sein One World Stück dirigiert. Nicht komponiert hat er es auch, aber dirigiert. Und es war wirklich ein gewaltiges Erlebnis. Es war so gewaltig, dass ich Leute sah, die Tränen in den Augen hatten. Und das Werk selber setzt sich auseinander mit dem Schrei nach Frieden und webt biblische Texte und verschiedenste Traditionen einfach zu einem Gesamtwerk zusammen. Und dieses Konzert nehme ich mal zum Anlass zu fragen in dieser Zeit, wo alles zu brennen scheint, wo alles verzweifelt zu sein scheint. Gibt es denn eigentlich noch Frieden auf dieser Welt? Gibt es eigentlich noch eine Chance für uns Menschen, wo wir ja anscheinend den Planeten vor die Hunde jagen? Gibt es eigentlich noch Hoffnung? Gibt es eigentlich noch Frieden auf dieser Welt? Und da nehme ich eben dieses Konzert und auch das Horoskop, wie dieses Konzert stattgefunden hat in Linz einfach mal her, um aus der astrologischen Sicht auch dir zu sagen, ja, es gibt Frieden, ja, es gibt Hoffnung, ja, es gibt immer einen Weg. Und die Lage ist vielleicht gar nicht so verzweifelt, wenn wir jetzt zumindest in Zentraleuropa sind, wie uns oft einmal glaubensgemacht wird oder wie wir den Eindruck vermittelt bekommen, auch medial, was da jetzt alles schlimm ist und alles schrecklich ist. Also wie schaut denn das Horoskop jetzt für dieses Friedenskonzert aus? Wenn man jetzt einmal schaut, okay, wir haben einen Zwillings-Aszendenten, das heißt, da geht es schon einmal um Kommunikation, da wird was mitgeteilt, da wird etwas vermittelt. Und wenn man sich das anschaut, was wird vermittelt? Und etwas Hoffnungsvolles, der Merkur steht in Schützen, im sechsten Haus etwas Hoffnungsvolles und etwas, ja, wo schon eine gewisse Erdung dieser Hoffnung da ist, durch dieses sechste Haus, dieses Jungfrauenhaus. Aber das ist natürlich, ja, eine hoffnungsvolle Vermittlung, kann man mal so sagen. Aber es ist dennoch plutonisch geprägt und wir haben ja jetzt, und du hörst es in den Videos, auch wenn du es dir angeschaut hast auf diesem Kanal, wir haben Sonne, Mars, wir haben da eine Opposition zu Uranus momentan, das heißt, wir haben diese explosive, unglaubliche Energie gerade am Himmel. Und jetzt ist einfach die Frage, wenn das alles so angespannt ist, wieso fliegt uns denn die Welt nicht um die Ohren? Wieso ist denn nicht schon alles aus, wenn es scheinbar so ist? Und es ist nicht aus, es geht immer weiter, das Leben ist unendlich. Natürlich sind dir und mir nur ein Wimpernschlag an Zeit hier gegönnt auf diesem Planeten. Ich meine, sterben werden wir alle, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber wenn wir in so einer transformativen Zeit sind, wie jetzt gerade dieser scheinbaren Endzeit mit Krieg in Ukraine, dem Konflikt in Israel, Palästina, also wo bleibt denn da noch ein Stein auf dem anderen? Wir merken es in erster Linie natürlich durch diese wirtschaftlichen Rezessionen, durch diese ganzen Inflationsgeschichten, die da auf uns niederprasseln und erleben so die Transformation heute. Und wir erleben eigentlich den, ja, wir sind, denke ich, hier die Opfer eines Wirtschaftskrieges. Aber das soll jetzt nicht Thema dieses Videos sein, sondern es geht darum, einfach einmal zu schauen, gibt es noch Frieden auf dieser Welt? Und warum ist Frieden eigentlich wichtig? Und wenn du dich selber einmal fragst, jetzt unabhängig von dieser Krisenzeit, bist du eher ein friedlicher Mensch oder eher ein kämpferischer Mensch? Nach was sehnst du dich wirklich in deiner Seele? Und da sage ich nicht, okay, ich möchte etwas erreichen, ich möchte mich durchsetzen. Natürlich, das haben wir alle drinnen. Und wenn du ehrlich bist, dann wirst du eher für den Frieden sein. Und ich denke, es ist wirklich so, dass die, dass, ich sage jetzt einfach einmal, 99,9 Prozent der Menschen wirklich friedlich auch gestrickt sind. Die sind nicht auf Konflikt gebürstet. Die wollen Leben und Leben lassen. Und das soll eine Botschaft sein, ein Appell auch an deinen, ja, ich nenne es jetzt wirklich mal so deinen Friedensbotschafter, deine Friedensbotschafterin sein, wo du auch durchaus einmal, dich aktivieren kannst und sagst, es soll etwas besser werden, durch das, dass ich hier auf diesem Planeten bin, durch das, dass ich hier den Planeten auch konsumiere, das Leben konsumiere, verbrauche. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Horoskop da an. Wo kommt denn der Frieden her? Wir haben, wie gesagt, konkret Sonne, Mars, Uranus, wir haben explosive Energien. Aber der Friedensbotschafter ist ja Neptun. Neptun steht gerade im Fische und auch der Saturn, der jetzt gerade, der jetzt gerade eben, wo die Regeln so aufgelöst werden, steht ja zur Zeit, eben der Fischezeit. Aber wir haben bei diesem Horoskop im 10er Haus, also wir haben ein Wassermannhaus, das 10. Haus ist da wassermännisch gefärbt, also Transformation, Wandel, also ein Wandel, etwas Überraschendes, eine Veränderung, die aber auch eine gewisse Fischequalität mit drinnen hat, eben durch Saturn und Neptun in Fische. Und auch das wird ja für uns bestimmend. Und dieser Neptun strahlt in einem Sextil und zum Uranus. Das heißt, wenn du dir Neptun vorstellst, der geht jetzt einmal zu diesem Revoluzzer, der Revoluzzer im Stierhaus, also der sagt, wir brechen jetzt alles nieder, wir wandeln die Materie radikal, es muss alles neu sein, kein Stein darf auf dem anderen bleiben. Zu diesem Revolutionär kommt jetzt Neptun, dieser Vermittler des Friedens, und sagt, hey, bleib einmal cool, hey, atme mal durch, komm, wir finden eine friedlichere Lösung für alle. Das heißt, der beruhigt diese Explosion, denn sonst würde uns da einiges mehr um die Ohren fliegen zurzeit. Aber Neptun ist damit noch nicht fertig mit seinem positiven Einfluss. Er macht ein Trigon zur Sonne und damit auch zu Mars. Das heißt, er kommt auch zu Sonne und Mars, diese Power, diese unglaubliche Kraft, und sagt, cool bleiben, durchatmen und nimmt da diesen Druck, diese Gewalt raus, nimmt das Gewaltpotenzial raus. Und auch wenn wir sagen, okay, wir sind in Kriegszeiten, was redet der Erini jetzt? Gewalt wird rausgenommen. Das hätte noch viel schlimmer kommen können, oder das könnte schlimmer kommen, wenn jetzt nicht dieser neptunische Gedanke dabei ist. Und das ist das Horoskop dieses Konzerts, und das ist eigentlich dieses Erinnern an den inneren Frieden. Werde in dir friedlich, finde in dir Struktur, und aus diesem Frieden raus wird sich dann im Außen auch was manifestieren. Dann kann dieser Frieden sich auch mal manifestieren. Und wir dürfen uns erlauben, auch mal optimistischer zu denken. Nicht unrealistisch nur positiv denken und alles ist gut. Das sage ich ja nicht. Aber wieso erlauben wir uns nicht mit dem Merkur im Schützen? Wieso erlauben wir uns dann nicht einmal einen positiven, einen sinnstiftenden Gedanken? Und verzetteln uns nicht in dieses dumme, kleine, schwarz-weiß-Narrativ, was uns medial präsentiert wird, wo jeder immer nur Meinungen hat. Wieso können wir nicht ein bisschen eine Vogelperspektive annehmen und wirklich für diesen Frieden, für das Optimistische einfach mal plädieren? Und ich habe dir da ein Foto mitgebracht von diesem Konzert. Also das ist jetzt nur eine Aufnahme. Und du siehst da hinten diesen enormen Chor. Auf der Bühne war Chor das Orchester. Karl Jenkins dirigiert gerade im Bruckner Haus. Und ich weiß, das Foto kann die Stimmung nicht vermitteln, aber da sind Menschen zusammengekommen und der Saal war voll. 1500 Leute im Bruckner Haus, ausverkauftes Haus. Und die haben sich ein Friedenskonzert angehört. Sie haben sich einen Appell für Frieden angehört von der UNESCO her. Und man hat das gespürt. Und da bin ich wieder davon überzeugt, wenn mehrere Menschen gleicher Gesinnung zusammenkommen, da geschieht etwas Magisches, da geschieht etwas Großes, da geschieht eine Transformation. Und dieser Frieden, dieser Appell war spürbar. Es haben Leute geweint. Ich hatte eine Gänsehaut. Ich bin jetzt nicht nahe am Wasser gebaut, aber ich hatte eine Gänsehaut. Ich wollte juchzen. Es war wirklich ein fantastisches Erlebnis. Und das ist auch die Einladung. Umgib dich mit inspirierenden Dingen. Umgib dich mit Gleichgesinnten. Und mach mal vielleicht einen Anstoß, auch in deinem Umfeld, nicht nur über Stress, wie furchtbar alles ist, wie schnell die Zeit geht, wie gestresst du bist, darüber dich zu unterhalten, sondern das, was funktioniert, das, was gut ist, das, was dich bewegt, was dich berührt und wo du Sicherheit und Erdung und Klarheit und Präsenz in dir spürst und wahrnimmst. Und dazu lade ich dich heute ein. Und dazu soll dich dieses Video auch inspirieren. Dazu hat mich dieses Konzert inspiriert. Und egal, wie dramatisch immer alles zu sein scheint, auch jetzt astrologisch, es ist immer irgendwo ein Neptun. Es ist immer irgendwo eine Venus. Irgendwo eine, es ist immer irgendwo etwas Positives, ein Jupiter in diesem Horoskop zu sehen. Und man kann auch in den dunkelsten Stunden das Licht sehen, spüren und nicht aus den Augen verlieren. Und wenn es nicht außen ist, das Licht, dann in dir. Und das möchte ich dir heute einfach mal mitgeben. Ich finde, das ist einfach ein wichtiger Appell für diese Zeit, dass man wirklich, dass wir alle zusammenkommen, dass wir da klarer sind und dass wir alle auch wieder aufeinander zugehen. Und um inneren Frieden zu finden, als Tipp, ich mache am 10. Dezember live einen Workshop bei mir in Linz, also die Kraft der Vergebung. Da baue ich mal so ein Heilungsfeld auf. Und wenn du mal erleben willst, wie das so ist, live in einer Gruppe energetisch zu arbeiten, dann lade ich dich natürlich herzlich ein. Also du findest alle Infos auf meiner Homepage zu diesem Kurs, Kraft der Vergebung. Und auch nochmal die Werbung weiter zu treiben. Also die Erinnerung, ich habe gerade eine Jahreswechselaktion, also die Jahresprognose 2024 astrologisch oder auch deine astrologischen Lebensthemen gibt es jetzt zum Aktionspreis, zum astrologischen Aktionspreis um 25 Euro je Analyse. Details findest du auch in der Beschreibung. Ich wünsche dir eine gute Zeit, eine friedliche Zeit und langsam kommen wir so in diese Adventszeit rein und vielleicht erinnert dich ja mal, wenn du eine Kerze, wenn du einen Adventkranz hast, dass du eine Kerze anzündest und vielleicht erinnert dich das da auch an dein inneres Licht. Das würde ich dir auf jeden Fall wünschen. Aus dem wunderschönen Linz, alles Gute, bis bald, dein Oliver Ereni. Tschüss. Aus dem wunderschönen Linz, alles Gute, bis bald, dein Junge, 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 bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020